Hallo, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich würd mich sehr freuen, wenn ihr in den Fortnite-Shop geht und mein Credercode eingebt. Äh, Credercode Domaki heißt der. Einfach so schreiben und dann unterstützt ihr mich. Wieso, wie, wie, wieso winke ich immer noch wie ein Dolly. Ich war mal wieder auf YouTube unterwegs und hab heute ein Video gefunden, was anscheinend 15 Glitches drin hat, die zu Geisteskrank, OP sind und absolut unfair die besten Glitches der Welt. Ja, und das gucken wir uns jetzt an, wenn ihr neu seid, Daumen nach oben da lassen, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, jede Art umsonst ein neues Video für euch. Jetzt geht's rein in die Glitches, sofort, der Grotto-Glitch, for the decision you need, äh, Wolverine-Claws, so, wir haben jetzt die Wolverino-Claws und wir brauchen anscheinend die, um in der Grotto zu kommen. You need to use R-Dash hier, Double-Jump, okay, also man muss Double-Jumpen und dann, yo, what? Und man ist in der Grotto, no way, oder? Yo. Digga, man ist einfach in Grotto drin. Kann man auch wieder raus? Man kann sogar... Wow, Digga, ist das OP, du kannst da einfach campen und gewinnen. Yo, du bist unsichtbar. Yo. Was ein kranker Glitch. Yo, was ein kranker Glitch, Alter, so. Okay, wir gucken. Infinity Gas Cans, also unendliche Gas Canister. Wurde es jetzt schon, friend, to hold any item, then emote and switch back to the Gas Can. Okay, also der Kumpel muss irgendein Item halten und muss dann wieder zurück switchen zum Gas Can, so, keine Ahnung. Ihr checkt schon, ihr seht's ja hier gerade. Ach, und dann kann man das duplizieren. Ah, der muss Emote machen und Item switchen die ganze Zeit. Oha, und dann hat man unendlich von denen. Yo. Jungs, heute geht Tank auf mich. Alle vorbeikommen. Hallo, kommt vorbei, heute geht Tank auf mich. Chat, Jungs, Mädels, heute Tank auf mich. Einmal bezahle, unendlich tanke. Ja, wir fahren durch die ganze Map, Leute. So machen wir das. So, and if the one who did the glitch starts moving while gas can stick to him, he will start... Ach, und auf einmal teleportiert man rum. Wenn der eine rumläuft, der den Duplizieren-Glitch gemacht hat, dann... Alter, was? Yo. Dann teleportiert man sich hin und her die ganze Zeit. Krank. So, Iron Man's Uni-Beam-Glitch. So, if you get a car while using Iron Man's Uni-Beam, you will get launched to the air. Also, wenn man den Uni-Beam benutzt, während man in ein Auto einsch... Au. Uh. Okay, und jetzt? Hä? Das war's. Ja, okay, gut. Ah, okay, 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 ah, okay, okay, okay. Man kann also... Man kann also quasi mit einem Auto gegen einen fahren, während du diesen Beam benutzt, dann fliegst du halt hoch und kannst von der Luft aus mehr schießen, so. Kann OP sein, aber ist jetzt der schlechteste Glitch bis jetzt, würde ich sagen, oder? Ist bis jetzt der schlechteste Glitch, ne? Wir gucken weiter. So. Was haben wir jetzt? Game-Mode-Glitch. Warte, 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 warte. Hab ich verpasst? Warte, warte. Warte, nochmal zurückspulen. So. Jetzt, also. Zum Start, äh, dein Kumpel muss dich zum Party-Leader machen, dann musst du dein Internet ausstecken, also disconnecten. Äh, das Spiel schließen. Das Internet wieder einstecken und das Spiel neu starten. Okay, gut. Wenn man das gemacht hat, wenn du oben links diese Benachrichtigung bekommst, dann heißt es, der Glitch hat funktioniert. Okay, und dann jetzt? Was kann man jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Now go to the map and every time you press select back, your friend will get back to select Game-Mode-Screen. Hä? Hä? Ach, du kannst deinen Freund trollen und die ganze Zeit ins Menü wieder zurückhauen, so während dem Game. Lol. Lol. Ach so. Also, du kannst quasi, wenn du die ganze Zeit rumdrückst, dann kriegt dein Freund immer diese zurück ins Hauptmenü-Benachrichtigung, während er im Spiel ist. Das heißt, ihr könnt den Übel trollen, Alter. Okay, ey. Oh, das ist böse, das ist böse. Böser Prank, böser Prank. Okay, wir gucken weiter, Alter. Jedes Mal, wenn du select und backdrückst. Ach, krass, der wird die ganze Zeit da reingeglitcht. Der Arme, der kann gar nicht spielen, Alter. Guckt ihn euch an. Er kann gar nicht spielen, Digga. Yo. Okay, wir gucken weiter, Alter. Wir gucken weiter. Nächster Glitch. Zum Anfang muss man in den Spind gehen und irgendeinen Back-Bling auswählen. Okay, jetzt zoomen. Okay, wir gucken. Ja. Okay, und jetzt kann man, egal welches Emote benutzen, und es ist immer noch zoomt. Ah, okay. Okay, krass. Okay, also man hat dann so einen Zoom. Hallo. Hallo. Ja, da zoomt er wieder hin, Alter. Hier schauen. Hallo. Wir gucken. Minderjährige zu aufhören. Ich reporte das schnell in Epic Games. Hallo. So. Wurde reportet. Ey. Ja, jetzt tanzt sie halt. Super, schön. Ja, super. Ja, jetzt ist doch schön. Ja, sie hat ein schönes Gesicht. Jetzt komm, hör auf. Ey. Wir haben es kapiert. Wir haben es kapiert. So. Wenn du hier landest und das Auto neben der Bench... Okay, und wenn du das Auto neben diesen... Ach, krass. Wenn du das Auto abschießt, dann wird einfach die Waffen auf Rüststationen zerstört. Okay. Interessant. Ihr müsst einfach nur einmal das Auto abschießen und die Waffenausrüstung, Dingsbums, Upgrade-Stationen gehen einfach kaputt. Interessant, oh, interessant. Okay, wir gucken weiter. Okay, also man kann das nicht auf jedem Skin verwenden. Geht nicht, geht nicht, aber wahrscheinlich mit dem Glitch geht's. Pass auf. Aber wenn du das Backbling auf Dr. Doom... Ah, okay, okay. Wenn du das Dr. Doom Backbling auswählst im Spin, dann kannst du es trotzdem bei den Skins im Itemshop sehen. Wie es aussehen würde, okay. Also kannst du es da drauf machen. Man sieht es, okay. Das heißt, ihr könnt die neuen Skins immer damit anschauen. Auch cooler Glitch, auch ein cooler Glitch, okay. Gucken weiter, wir gucken weiter. Ha? Shockwave-Glitch, jetzt wird es interessant, okay. If you hold the Shoot-Button using Shockwave, you will show a normal grenade. Ach, lol. Die Shockwave wird zu einer normalen Granate. Lol, guck mal. Hä? Interessant, Alter. Also einfach, wenn du Schießen gedrückt hältst, dann hast du eine normale Granate in der Hand. Okay. Interessant, interessant. Ja, 500 IQ. Diese optische Täuschung, so. Skihulk-Glitch. Äh. Wenn du, was? Wenn du diesen 8-Ball benutzt, dann wird sie grün. Ah. Lull. Ihr seht das gerade gar nicht. Warte mal. Hä? Ihr seht das? Ach. Warte. Jetzt sieht das, ne? Guck mal, der geht es nicht so gut. Die ist einfach hoch. Hoch. Die ist einfach grün geworden. Mashallah. Okay. Interessanto, interessanto. Interessanto, interessanto. Okay. Ja. Und jetzt haben wir noch... Oh, oh. God-Mode glitch. Oh, nein. Okay. Jetzt kommt ein Glitch. Den macht ihr am besten nicht nach. God-Mode glitch. Leute, das ist unfair. Das macht ihr nicht. So. Ihr startet diese Insel, die es da gibt. Geht rein. Okay. Dann... Macht ihr das Game. Startet ihr das? Drückt Respawn und geht back to HUB. Also back ins HUB so. Drückt das. Okay. Wir gucken, wir gucken. Und jetzt? Jetzt habt ihr God-Mode, oder was? In kreativ. Jetzt in die Map reingeben, wo ihr God-Mode haben wollt. Also wenn ihr zum Beispiel ein 1 gegen 1 machen wollt. Oh, ist das böse. Yo. Und jetzt habt ihr God-Mode. Jetzt habt ihr God-Mode. Und könnt nicht sterben im 1 gegen 1. Yo. Das werden so viele Schlawiner von euch machen. Nein. Oh, nein. Ladies and Gentlemen. Ey. Wenn euch die Glitches gefallen haben, lasst einen Daumen nach oben. Da kostet uns aber nicht vergessen. Das sind Glitches. Wir sind leicht wohlfingend. Daumen nach oben. Kostet uns abonniere die Videos. Wir sehen uns morgen wieder. Und rein. Tschüss. Ciao.